moin herzlich willkommen im freispiel herzlich willkommen zu ich bin ganz still und schaue meine karten an weil ich ein stichspiel spiele bzw herzlich willkommen zu angespielt zwei personen spiele ich zeige euch kurz mal claim aus dem hause game factory so sieht das ganze aus und das spielen wir jetzt einfach mal das erstaunliche an claim ist ist dass es ein stichspiel ist das aber für zwei spieler gedacht ist da gibt es sehr sehr wenige von der fuchs im wald vom schwerkraft verlag fählen mir noch ein und natürlich die mit sonderregeln behaftete zweier variante von die crew aber kennt ihr höchst ich spiele doppelkopf guard wizard was auch immer das funktioniert im normalfall erst mit drei spielern aufwärts and the more the merrier und game factory haben sich gedacht kommen wir machen noch mal ein stichspiel für zwei und das muss auch funktionieren was machen wir da und die haben da tatsächlich ein paar clevere kniffe gefunden dass das dann wirklich funktioniert das ding heißt claim duell um den thron und das heißt duell um den thron weil es eine riesen fantasy geschichte hat die läuft darauf hinaus worauf 90 prozent aller fantasy geschichten rauslaufen der könig ist tot wir brauchen einen neuen könig und wir spielen der als thron will werden oder könig wird damit ist die geschichte schon durch was das spiel besonders macht ist dass die fünf verschiedenen karten farben karten farben farben karten haben die fünf verschiedene farben die es im spiel sonder fähigkeit haben das ist jetzt hier nicht herz pik karo ass sondern das sind fünf farben im spiel die könnte man als braun weiß lila grün und ein bisschen schmutzigeres weiß bezeichnen beziehungsweise wie hier im spiel gemacht kobolde ritter untote zwerge und gestaltwandler grundsätzlich ist es ein stichspiel wir spielen zweimal 13 stiche und ermitteln dann den sieger oder die siegerin was ist normal normal ist wenn ich jetzt hier startspieler wäre würde ich eine karte vorspielen das heißt ich spiele die in den stich rein und meine gegenspielerin muss dann darauf reagieren indem sie dieselbe farbe rein spieler farbzwang besteht durchaus und wer dann die höhere karte gelegt hat hat den stich gewonnen warum machen wir das ganze mit den stichen wir haben insgesamt jetzt muss ich kurz mal lügen 52 karten ist nicht gelogen 52 karten im spiel ich bekomme 13 meine gegenspielerin bekommt 13 auf die hand und hier sind 26 weitere karten mit diesen 26 karten bestreiten wir die zweite runde in der ersten runde ist es so dass wir von diesem nachziehstapel die oberste karte aufdecken das wäre in dem fall ein untoter mit dem wert 0 und um diese karte spielen wir jetzt den ersten stich das ist könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen das ist echt abgefahren wie viele leute obwohl sie viele stichspielerfahrung haben wir haben seit 30 jahren topel gefunden völlig überfordert davon sind deswegen machen heißt dieses video also wir spielen jetzt um diese karte nicht um siegpunkte ich als startspieler wird jetzt eine meiner karten aus nehmen wir den siebener kobold spielen in den stich und jetzt muss meine gegenspielerin und darauf reagieren sie es herrscht farbzwang das heißt sie muss auch ein kobold spielen so sie einen auf der hand hat könnt ihr immer selbst entscheiden wenn man hier ein kobold dabei ist dann muss sie den spielen es sei denn und da sind wir bei der ersten sonderregel der farben sie hat den ein oder anderen doppelgänger auf der hand den darf man auf jede farbe drauf spielen und es zählt dann für den sieg des stichs und dennoch nur der karten werden wenn sie jetzt hier auf einen siebener kobold nachdauer nach doppelgänger spielte dann würde sie den stich machen sind diese karte das ist ein kobold mit dem wert 9 das heißt der stich geht an sie die karten kommen aus dem spiel und sie hat jetzt diese karte gewonnen und mit dem wert 0 und ich bekomme die oberste karte des nazi stapels ich darf mir die anschauen und lege die dann auch in meinen vorrat für runde 2 dann decken wir für sich zwei die nächste karte auf jetzt habe ich hier wieder wieder 0 aufgedeckt die will man tendenziell nicht haben und ich bin ja gar nicht vor sondern meine gegenspielerin spielt vor sie nimmt diese karte klicken hohen untoten rein da kommen wir dann auch gleich zu einer weiteren sonderregel da liegt jetzt der neuner untote ich habe gar keinen untoten auf der hand das heißt jetzt kann ich auch irgendeine andere karte spielen jetzt nämlich immer hier so ein kobold mit dem wert 0 mit dem kein stich schmeißt den da rein untote sind vorgespielt das heißt mein kobold wird ohnehin ignoriert es gibt keinen trumpf oder so und damit ist das ihr stich jetzt gewinnt sie hier wieder die karte ich nehme wieder die stapel die oberste und wir kommen zu der nächsten sonderregel nämlich wer zur sonderregel der untoten wie gesagt es geht erst in runde zwei also mit dem zweiten 13 26 karten die wir spielen gibt es eigentlich punkte die sonderregel der untoten gesagt die kommt direkt auch in runde eins schon in den punktestapel des spielers oder der spielerin die den stich gemacht hat also alle untoten die ich fange in dem stich die kommt direkt schon in die punktestapel auch wenn wir erst in runde eins sind genau und der rest des stiches kommt weg und wir simulieren mal was zack hier nächste karte spielt sie wieder so wie ich in runde eins oder stiche einzel kobold vor den sechster kobold ich tue mal so als hätte ich keinen kobold auf der hand und spiele einen ritter jetzt habe ich hier ein 8er ritter haben wir geklärt ist eigentlich farbzwang das heißt ich muss ein kobold spielen ansonsten ist meine karte ungültig ist dann ein gestaltwandler oder es ist ein ritter ritter sind weniger im kartenstapel kobolde sind dafür mehr im kartenstapel aber ritter schlagen immer kobolde also auch wenn ich ein zweier ritter gespielt hätte dann wäre es mein stich gewesen und ich würde diese karte erhalten und meine gegenspielerin die oberste vom stapel rest kommt weg so das war es eigentlich schon sonderregel wie gesagt gestaltwandler die kann ich auf jede farbe spielen ohne den farbzwang einhalten zu müssen und dann gibt es eine fünfte fraktion oder kartenfarbe das sind die zwerge deren sonderregel wird erst ausgelöst in der zweiten hälfte des spiels wenn wir unsere ersten 13 stiche gespielt haben und dann haben wir hier 13 neue karten und wenn jetzt in runde 2 zwerg oder zwerge in dem stich liegt dann bekommt diesen stich der oder die verliererin des stichs kommen wir wieder zu der nummer meine gegenspielerin hier die spielten hohen kobold vorne acht ich müsste jetzt natürlich farbe bekennen habe aber meinetwegen keine kobolde auf der hand jetzt könnte ich zum beispiel mit dem dreier ritter den kobold schlagen oder auch ich kann einfach dann zwerg reinschmeißen verliere den stich weil der kobolde angespielt sind aber den zwerg bekomme ich in meine punkte zunge oder in dem fall die zwerge gehen ja das machen wir über insgesamt 26 stich also zwei mal 13 und wer dann die mehrheit der fraktion die mehrheit der karten der mehrheit der fraktion hat das spiel gewonnen jetzt habe ich hier von jeder fraktion irgendwie ein zwei karten sonst habe ich nichts und meine gegenspielerin die hat da zwei untote hat ein kobold hat aber meinetwegen drei gestaltwandler gesammelt das müssen wir gar nicht gucken was sie mit rittern und zwergen hat weil wir gesagt haben ich habe mehr das hat sie bei drei fraktionen oder drei probere noch nicht habe ich benutzen nun wenn sie das mehr hätte dann hätte sie das spiel gewonnen herrscht gleichstand so wie in diesem fall ich habe hier zwei zwerge zwei ritter die hat gar nicht das heißt die gehen mich sie hat die untoten und die gestaltwandler die gehen an sie und jetzt haben wir gleichstand bei den kobolden in dem fall wenn gleichstand herrscht gewinnt der höhere kartenwert also das heißt hat sie hier den achter kobold und damit hätte sie das spiel gewonnen habe ich jetzt hier zwei kobolde und sie nur ein dann ist unabhängig vom kartenwert der gesammelten karten ist das meine fraktionen die ich gewonnen habe jetzt habe ich 1 2 3 fraktionen die mehrheit für sie nur zwei ich habe die partie gewonnen genau diese paar wenigen kniffe einfach den kartenfarben sonderregeln zu zu ordnen und nicht sofort auf punkte zu spielen und beim skat ist einfach jeder sticht den ich gefangen habe ein punkt wert ist das hier anders zu machen und zu sagen nie wir spielen erstmal nur stiche um karten mit dem wir später punkte machen was gibt ein paar spezielle karten die schon in runde eins punkte machen sorgt dafür dass das spiel zu zweit richtig gut funktionieren ein stichspiel für zwei da gibt es wie anfangs erwähnt ganz wenige uns gefällt claim mega gut tatsächlich jeder jede die hier bei uns gerne mal zu zweit spielt und das geht uns allen so gerade momentan im lockt haben weil man ja häufig nur zu zweit spielen kann feiert claim richtig tolles spiel wenn man dann genug partien gespielt hat und das reicht für wirklich viele partien tatsächlich kann man das erweitern ursprünglich kam dieses claim du in den drohen raus dann gab es irgendwann claim 2 das ist effektiv dasselbe spiel aber mit fünf neuen fraktionen die sich anders spielen als die fünf im ursprünglichen claim und da muss man ehrlich sein gefühlt würde ich claim 2 nie kaufen wenn ich zu zweit spielen will weil man merkt dass die fraktionen eher dafür design sind dass man mehr spielern spielt weil wenn ich claim und claim 2 miteinander kombiniere dann kann ich auch mit bis zu vier mitspielenden spielen und eben die fraktionen aus game 2 die fühlen sich eher so an als sollte man sie mit mehr als zwei spielenden spielen und jetzt letztes jahr 2020 kamen dann drei erweiterungen drei sogenannte claim verstärkungen söldner orte und magie dazu was magie und orte genau machen weiß ich gar nicht weil ich bisher nur die söldner gespielt habe und die haben mir sehr gut gefallen da sind auch wieder neue fraktionen drin die man bisher nicht kannte und die haben eigene sonderregeln also in diesem fall zum beispiel dass die elfen die zyklopen die orks und die elfen schrägstrich orks das war ganz interessant die elfen orks die sind entweder elf oder orken beim ausspielen entscheide ich welche farbe sie bedienen und dazu kommen dann irgendwie sonderkarten in dem fall dass hier die helden hier werden es die orte sein und hier glaube ich zaubertränke genau die dafür sorgen dass noch mal komplett neue sonderregeln dann in der gegebenen partie ins spiel kommen wie ich die erweiterung benutze ist grundsätzlich so dass je nachdem welche der bonus fraktionen ich in das spiel integriere sortiere ich eine oder zwei andere fraktionen aus das ist zum beispiel hier elfen und orks dann muss ich auch die elfen schrägstrich orks benutzen das sind dann insgesamt 22 karten und diese 22 karten sind exakt so viele wie kobolde und ritter im grundspiel zusammen sind das heißt ich sammle die kobolde und die ritter raus entfernen die aus dem spiel und tue dafür die elfen und die orks ins spiel rein und dann spielen wir das was ich gerade erklärt habe also claim aber eben mit neuen sonderregeln und das macht tatsächlich immer wieder neu interessant was soll man sagen ein geiles spiel also ernsthaft wenn ihr karten spiele und wenn ihr zu zweit spielt schaut euch unbedingt claim näher an das ist bei uns ein verkaufsschlager und es liegt daran dass wir das alle wirklich abfeiern wenn euch noch andere titel einfallen über die euch was erzählen sondern schreibt uns das hier unter den tisch in die kommentare rein lasst uns ein abo da klickt auch die diese kleine glocke an dann kriegt ihr info wenn wir was neues hochladen und bis dahin wünschen wir euch viel spaß mit claim oder anderen spielen tschüss